Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Mittwoch. Ja, vielleicht ging es Ihnen gestern Abend ähnlich wie mir. Man fährt nichts ahnend ruhigen Gewissens nach Hause, um den Feierabend zu verbringen. Und zack, steht der dritte Weltkrieg vor der Tür, zumindest nach Lesart des ein oder anderen deutschen Mediums. Unter anderem titelte ja gestern Abend die Bild-Zeitung. Zwei Tote! Putin feuert Raketen nach Polen. Ja, und die Gemüter kochten hoch. Ja, Sie haben es ja mitgekriegt, gestern Abend ist eine Rakete in Polen niedergegangen und hat dort zwei Menschen getötet. Ja, und auch die Tagesschau zitierte dann sogleich Volodymyr Zelensky. Sie kennen Volodymyr Zelensky, das ist dieser Pimmelpianist, der momentan den ukrainischen Staatschef mimt. Und der wird mit den Worten zitiert, heute haben russische Raketen Polen getroffen, das Territorium eines verbündeten Landes. Menschen starben. Bitte nehmen Sie unsere Beileidsbekundungen an. Tja, das sei doch ein Angriff Russlands auf die kollektive Sicherheit gewesen, wird er weiter zitiert. Und ja, die Gemüter kochten hoch. Da waren nicht wenige Politiker, die hier schon den NATO-Verteidigungsfall gesehen haben und die eigentlich schon den Dritten Weltkrieg haben ausbrechen sehen. Also unter anderem der Außenminister Polens hat sich diesbezüglich doch ziemlich deutlich geäußert. Ja, auch in Belgien wurden da Stimmen laut, die da gesagt haben, ja, jetzt müssen wir doch hier ganz allmählich mal ganz, ganz andere Seiten aufziehen. Ja, und irgendwie hat sich auch die gesamte Weltgemeinschaft sehr besorgt, zutiefst schockiert gezeigt. Außenministerin Annalena Baerbock wird zum Beispiel mit den Worten zitiert, dass ihre Gedanken doch bei Polen seien in diesen schweren, schweren Stunden. Und ja, die halbe Welt hat Polen in diesen schweren Stunden auch ihre große Solidarität versichert. Ja, und wie war es dann so? Im Laufe der Nacht schien sich die Nachrichtenlage doch ein klein wenig zu verändern. Ich möchte an dieser Stelle den Außenminister der Ukraine zitieren, Herrn Kuleba. Russland verbreitet nun eine Verschwörungstheorie, dass es angeblich eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war. Ja, dazu muss man sagen, auch US-Präsident Joe Biden war einer der ersten, der dieser Verschwörungstheorie anhing und diese Verschwörungstheorie auch bestätigt hat. Denn seiner Meinung nach handelte es sich bei der Rakete, die da niederging, nicht um eine russische Rakete, sondern höchstwahrscheinlich um eine ukrainische Luftabwehrrakete. Tja, das wurde dann auch vom Pentagon bestätigt. Das Pentagon konnte keine Flugbewegung bestätigen, die darauf hingewiesen hätte, dass es sich tatsächlich um eine russische Rakete gehandelt hätte. Nun, um Ihnen das nochmal zu verdeutlichen, die Ortschaft, die da in Polen getroffen worden ist, die befindet sich im Südosten des Landes, beziehungsweise in der Nähe der nordwestlichen Grenze der Ukraine. Das heißt, wenn es denn tatsächlich eine russische Rakete gewesen wäre, die da auf Polen niedergegangen wäre, hätte diese Rakete entweder quer über ganz Weißrussland oder eben quer über die gesamte Ukraine geflogen sein müssen. Ja, und wie schon gesagt, nicht jeder glaubt das. Also mittlerweile scheint es doch allgemein anerkannt zu sein, dass es sich bei dieser Rakete tatsächlich um eine ukrainische Luftabwehrrakete russischer Bauart gehandelt hat. Ja, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Nun, manch einer war da doch relativ vorschnell, manch einer hat da, wie schon gesagt, den dritten Weltkrieg ausbrechen sehen und jetzt stellt sich dann doch heraus, dass diese Rakete wohl offenbar aus der Ukraine höchstselbst stand. Ja, und jetzt stellt sich dem einen oder anderen Beobachter natürlich die Frage, warum beschießt denn jetzt die Ukraine ihren treuen Verbündeten, ihren lieben Nachbarn Polen? Ja, und der ein oder andere Verschwörungsideologe ist doch hier der Meinung, dass die Ukraine vielleicht eventuell versucht haben könnte, mit diesem, wie nennt man es, False Flag-Angriff, die NATO-Mitgliedsstaaten doch zu etwas mehr Engagement hier in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland bewegen zu können. Tja, wir wissen es nicht. Mal schauen, was die internationale Gemeinschaft hier noch für Schritte einleiten wird. Olaf Scholz wird ja mit den Worten zitiert, dass diesen Einschlag, diese Zerstörung es genau zu untersuchen gilt. Ja, Sie erinnern sich sicherlich noch, vor kurzem wurde ja erst die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 Pipeline in die Luft gejagt. Auch dort gab es Untersuchungen. Bis heute wartet eigentlich ein Großteil der Welt darauf, was denn bei diesen Untersuchungen rausgekommen ist. Tja, vielleicht sind die Untersuchungsergebnisse nicht opportun genug, um die hier eingeschlagene Politik auch noch in näherer Zukunft fortzusetzen zu können. Ja, wie gesagt, bleiben wir doch alle mal gespannt, was hier noch passiert und ja, was ich ja in den letzten beiden kurzen Wortmeldungen angekündigt hatte. Sie haben es ja mitgekriegt, Donald Trump höchstselbst hatte es auch groß angekündigt. Nämlich eine große Ankündigung für den gestrigen Dienstag, den 15. November. Er hat diese große Ankündigung schon als quasi historisches Ereignis aufgeplustert und ja, was soll man sagen, seine näheren Anhänger sind doch eher enttäuscht. Und zwar hat Donald Trump, oh Überraschung, seine Kandidatur für die jetzt kommende Präsidentschaft 2024 in den USA verkündet. Tja, was soll ich dazu sagen? Die meisten seiner Anhänger haben ja genau das erwartet. Nichts anderes hat Donald Trump in den letzten zwei Jahren gemacht, nämlich seine, ja, wie soll ich sagen, seine Bewegung gestärkt, hat die Leute zusammengebracht, hat Kandidaten aufgestellt, hat im Prinzip die gesamte republikanische Partei vollständig umgekrempelt oder zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Das muss man ihm tatsächlich zugutehalten. Und jetzt kommt er eben mit dieser, in Anführungsstrichen, Überraschung. Ja, nicht wenige seiner Anhänger haben da tatsächlich im Vorfeld doch ein bisschen mehr erwartet. Also der eine oder andere hatte zum Beispiel spekuliert, ja, Donald Trump könnte doch jetzt im Zuge der Midterm-Wahlen, die ja jetzt doch dazu geführt haben sollen, dass eben das Repräsentantenhaus in die, in republikanische Hände gefallen ist, dass er sich da eben als Sprecher des Repräsentantenhauses hätte bewerben können. Dann wäre er, Donald Trump, nämlich schon lange vor 2024 wieder mit im Spiel und wäre nach Joe Biden und Kamala Harris eigentlich der drittmächtigste Mann im Land. Ja, das hat er, wie gesagt, nicht getan. Er hat eigentlich das verkündet, was die allermeisten sowieso erwartet haben von Donald Trump, nämlich, dass er sich doch wieder als Präsident bewerben wird. Nun, wie gesagt, für die meisten ist es eben, wie gesagt, keine Überraschung und für die allerwenigsten war das auch ein historischer Tag. Nun muss man dazu sagen, die Anhängerschaft Donald Trumps, ja, die hängt ja, und das muss ich an dieser Stelle eben betonen, um eben den YouTube-Community-Richtlinien gerecht zu werden und nicht dagegen zu verstoßen. Die meisten Anhänger Donald Trumps hängen doch der Verschwörungstheorie an, dass nämlich sowohl die Wahl 2020 als auch die jetzt jüngst stattgefundenen Midterm-Wahlen gefälscht gewesen sind. Also, dass die Demokraten hier ganz massive Wahlmanipulationen betrieben haben, um Donald Trump erstens als Präsident zu verhindern und jetzt auch noch die Übernahme des Senats zu verhindern, was ihnen selbstverständlich arge Probleme bereitet hätte. Nun fragen sich nicht wenige seiner Anhänger, also Trumps Anhänger, wenn das denn stimmen sollte, dass die Demokraten hier ganz massiv Wahlfälschung begangen haben, wieso sollte man sich denn dann, ja, wie soll ich sagen, herablassen an dieser, in Anführungsstrichen, Schmieren-Komödie auch noch teilzunehmen und zu wählen, wenn man doch sowieso weiß, dass die Wahlen gefälscht sind. Ja, so, und nicht wenige seiner Anhänger machen jetzt Donald Trump doch zum Vorwurf, dass, wenn es denn doch 2020 zu einer Wahlfälschung gekommen ist, ja, wieso hat man das denn dann nicht spätestens 2022 verhindert? Man muss natürlich betonen, nicht wenige seiner Anhänger waren im festen Glauben, dass es jetzt im November zu einer sogenannten Roten Welle hätte kommen sollen. Also eine Rote Welle bedeutet halt, dass eben die Republikaner den Senat und eben auch das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit übernommen hätten. Das ist ja so nicht passiert. Also das Repräsentantenhaus scheint jetzt zwar in den Händen der Republikaner zu sein, ich glaube, denen fehlt noch ein Sitz oder sowas, aber ich denke, den werden sie bekommen. Nun nichtsdestotrotz, man ist doch sehr, sehr, sehr enttäuscht und man fragt sich, ja, warum hat denn unser großer Donald Trump diesbezüglich nicht viel, viel früher oder viel, viel mehr unternommen, um eben dann jetzt auch eine zweite angebliche Wahlfälschung zu verhindern. Also, ja, das Stirnrunzeln in der Bewegung um Donald Trump wird tiefer und tiefer und größer und größer. Und wenn Sie mich fragen, mit dieser fulminanten Ankündigung hat sich, also von vor einer Woche, mit dieser fulminanten Ankündigung, einer historischen Ankündigung, hat sich Donald Trump eigentlich keinen wirklich großen Gefallen getan. Ja, und wir alle wissen, Ron DeSantis überlegt ja selber, hat es zwar noch nicht verkündet, aber Ron DeSantis, das ist eben jener nette Herr aus Florida, der dort wirklich eine rote Welle verursacht hat, der eben wirklich mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden ist. Ja, Ron DeSantis ist auch noch im Spiel und nicht wenige halten ihn für einen doch probaten Präsidentschaftskandidat, der vielleicht sogar besser wäre als Donald Trump. Ja, nun, wir werden auch diesbezüglich weiterhin sehr gespannt bleiben. Und, ja, ich hatte es angekündigt, die neue Ausgabe von Eigentümlich frei ist erschienen. Sie sehen das hier spiegelverkehrt. Hier steht, freie Medien, jetzt erst recht. Und darin sind diverse, Entschuldigung, diverse Artikel enthalten, unter anderem mit einem Interview eines in Brasilien lebenden Schweizers, der eben doch Auskunft gibt über die, doch sehr, 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 sehr detailliert Auskunft gibt über die dortigen Zustände, insbesondere, was die Wahlen dort anging. Ja, Euro in der Schuldenfalle, die Lage ist so gefährlich wie nie zuvor, Konterrevolution auf leisen Sohlen, die Dauerkrise in Großbritannien und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn Sie uns unterstützen wollen, beziehen Sie doch einfach mal ein Heft. Jetzt die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich frei. Wenn Sie möchten, direkt im Schnuppe-Abonnement, vielleicht auch direkt im Jahresabonnement. Das würde uns hier dazu verhelfen, dieses Format unter anderem bis in alle Ewigkeit weiterzumachen. Tja, ansonsten, wie immer, an dieser Stelle der Hinweis. Ich möchte der größte Schlagerstar dieses Universums werden. Und, damit das auch wirklich passiert, bitte ich Sie, klicken Sie auf dieses Video. Ich lieb CO2. Und klicken Sie auf dieses Video. Steuern sind Raub. Klicken Sie drauf, schauen Sie sich diese Videos an und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich vorab und verabschiede mich bis morgen. Alles Gute und Tschüss.